Die meisten Nahrungsergänzungen sind nicht nur vollkommen nutzlos, sondern sie sind oftmals sogar gefährlich. Ein Problem ist generell vollkommen gleichgültig, von welcher Substanz wir sprechen, immer unlösbar. Viele Vitamine kosten in der Herstellung heute nur ein paar Euro pro Tonne. Es wäre, heißt es weiter, nichts dagegen einzuwenden, wären diese Extras der Nahrungsergänzungen wirklich gesund. Ausnahmslos alle Wirksubstanzen wie Vitamine, Enzyme, Hormone, ganz allgemein an sich. Die meisten Nahrungsergänzungen sind nicht nur vollkommen nutzlos, sondern sie sind oftmals sogar gefährlich. Beispielsweise, das hatte ich schon vor langer Zeit in der Praxis mal erlebt, kann man sogar mit hochdosierten Vitamin C-Gaben die Symptome einer koronaren Herzkrankheit, eines herzenge Gefühls oder auch Angina pectoris genannt, unterdrücken. Und dann bekommt der Betreffende, das ist das, was ich von Patienten wiederholt zu hören bekam, aus heiterem Himmel plötzlich einen Herzinfarkt in völligem Unverständnis. Ich habe doch gerade das so favorisierte Vitamin C genommen. Ich werde dir erklären, wie du ohne diese Vielzahl an teuren und nutzlosen Nahrungsergänzungen auf sehr einfache Art und Weise beste Voraussetzungen schaffen kannst, damit du ein herzgesundes Leben führen kannst. Herzlich willkommen! Lass uns zunächst einmal einen Blick werfen in die Zahlen bezüglich Nahrungsergänzungen. Ich habe hierzu zwei Zeitungsartikel bzw. offizielle Mitteilungen zum Thema, zum Teil aus dem wirtschaftlichen, zum Teil aus dem pharmazeutischen Bereich, ausgewählt. So heißt es beispielsweise unter der Überschrift Zahl der Woche aus dem Juni 2021, ob als Shake, Pulver oder Kapsel Nahrungsergänzungsmittel boomen. Viele Menschen erhoffen sich nicht nur während der Corona-Pandemie durch die Einnahme eine Extraportion Gesundheit. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden im Jahre 2020 in Deutschland rund 180.200 Tonnen Nahrungsergänzungsmittel produziert, knapp 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Produktionswert stieg im gleichen Zeitraum sogar um fast ein Viertel, knapp 24 Prozent, auf 1,1 Milliarden Euro. Im Jahre 2019 waren es noch 162.300 Tonnen im Wert von 900 Millionen. Der Markt boomt, wächst. Die Unsicherheit, die Angst vor Krankheit nimmt angesichts der Ereignisse der letzten Jahre sehr verständlicherweise zu. Tatsache ist jedoch zugleich, dass bei diesen riesigen Gewinnen ein Minimum an Auswirkungen an Gesundheitsverbesserung oder Stabilität zu erwarten ist. So heißt es an anderer Stelle. Der große Nepp mit den kleinen Gesundheitshelfern, ein Artikel aus einer Tageszeitung. Der Markt ist unüberschaubar groß und wächst weiter für Vitamin C beispielsweise zweistellig, sagt Hans Hauner, Ernährungsmediziner der Technischen Universität München. Da steckt eine traumhafte Rendite drin. Viele Vitamine kosten in der Herstellung heute nur ein paar Euro pro Tonne. Das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Denn ich habe vor etwa 20 Jahren auf der Grundlage meiner Recherchen und Nachforschungen zum Thema Nahrungsergänzung eigene Rezepturen entwickelt. Vier gerade mal an der Zahl, die völlig unabhängig von gesund, krank, alt, jung, Mann oder Frau die notwendige Basisversorgung liefern. Dabei habe ich dann erfahren dürfen, erfahren müssen, dass es wirklich minimalistische Beträge sind. Wenige Euro pro Tonne einer fertigen Mischung, die dann im einzelnen Döschen für 10, 20, 30 Euro verkauft wird. Der nationalen Verzehrstudie zufolge nehmen drei Viertel der Deutschen irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Die Mineralstoffe besonders beliebt sind Vitamin C und A sowie die Mineralstoffe Calcium und Magnesium. Calcium übrigens ist vollkommen ungeeignet, eine Osteoporose, also einen Knochenschwund, zu bremsen oder eine Regeneration zu ermöglichen. Das ist bekannt, wird aber nicht berücksichtigt. Es geht hier um Magnesium letztendlich und nicht um Calcium. Das nur als Bemerkung am Rande. Es wäre, heißt es weiter, nichts dagegen einzuwenden, wären diese Extras der Nahrungsergänzungen wirklich gesund. Aber 99 Prozent sind reiner Voodoo. Die Heilsversprechen sind wissenschaftlich nicht belegt, sagt Hauner. So jongliert also eine an sich weiter ständig wachsende Nahrungsergänzungsindustrie vor dem Hintergrund schulmedizinischer, aber auch alternativmedizinischer Interessen mit Tausenden von Produkten. Und ständig werden neue Superprodukte ausgelobt, die dann gezielt gegen irgendwelche Beschwerden erfolgreich eingesetzt werden sollen. Seit Jahrzehnten gibt es bereits die sogenannte orthomolekulare Medizin, die im Spannungsfeld zwischen Schul- und Alternativmedizin angesiedelt ist. Ich hatte schon früher in der Praxis Patienten, die kamen mit ganzen Schraubensortierkisten mit 20, 30, 40 und auch mehr. Einzelsubstanzen, einzelnen Pillen, Kapseln, Pulvern, die sie gemäß den Vorgaben eines Orthomolekularmediziners, eines Orthomolekulartherapeuten verzehren sollten. Und so ist es ein Stochern praktisch auf der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, verbunden mit dem eingangs erwähnten Risiko, dass man vor allen Dingen mit hochdosierten Vitamingaben ein Problem erzeugt, ein sehr gefährliches Problem zusätzlich erzeugt. Und das ist die Unterdrückung von wichtigen Symptomen, Signalen, zum Beispiel für eine Erkrankung der Herzkranzgefäße. Und ein Problem ist generell vollkommen gleichgültig, von welcher Substanz wir sprechen, immer unlösbar. Und das ist der Umstand, dass unser Körper ein hochkomplexes Geschehen ist, was durch solche Einzelsubstanzen, von denen man auch noch nicht mal weiß, zu welchem Zeitpunkt wie viel gebraucht wird, niemals präzise den Punkt treffen kann, um zu sagen, hier bediene ich nun ein bestimmtes Gewebe zu einem bestimmten Zeitpunkt, um damit einen regulierenden, gesundheitsförderlichen Effekt zu erzeugen. Das ist mehr eine mathematisch-statistische Frage. Nehmen wir mal nur das, was die Schulmedizin, die Pharmakologie als Orientierung verwendet, also mehr als grobe Schätzung, was die Zahlen schon zeigen. Unser Körper soll aus 10 bis ca. 20 Billionen, also eine gigantische Differenz, Zellen bestehen. Und man geht davon aus, geschätzt wiederum, dass in jeder dieser Zellen 100.000 chemische Reaktionen pro Sekunde ablaufen. Wir haben hier also eine völlig unvorstellbar große Zahl an chemischen Reaktionen, biochemischen Vorgängen pro Sekunde. Und damit sind wir außerhalb jeder Denkbarkeit, irgendwann mal in einen Bereich zu kommen, in dem wir wirklich geordnet bestimmte Effekte erzielen zu können, die gesundheitsförderlich sind, ohne gleichzeitig jede Menge Schaden anzurichten. Tatsache ist, dass wir mit der Gabe solcher dann recht konzentrierten, gemessen an körperlichen Konzentrationen, Substanzen, die dann auch sich im ganzen Körper ungerichtet verteilen, niemals eine Chance haben, einen bestimmten Punkt zu erreichen. Also wir stören an sich immer die Selbstregulation des Körpers vollkommen gleichgültig, was wir tun. Dazu kommt, dass in Verbindung mit den Nahrungsergänzungen sehr oft auch dietetische Empfehlungen ausgesprochen werden, was man zu essen, was man zu lassen hat, isst kein Fleisch, isst kein rotes Fleisch, verzehre viel, ballaststoffreiche Substanzen. Und dann werden auch Vorgaben gemacht, wann im Laufe des Tages, in welcher Kombination. Das ist alles mit viel Kontrolle und Disziplin verbunden. Das ist anstrengend, das ist ein aktiver Vorgang, der die Sympathikotonie, also den Teil des vegetativen Nervensystems der Alarmiertheit, Überlebensaktivität ermöglicht, hochfährt. Und damit haben wir an sich schon einen generell gegenteiligen Effekt, bezogen auf eine entspannende Selbstregulation, mit der dann Regeneration, Linderung und letztendlich auch Heilung irgendwelcher Beschwerden oder Vorbeugung möglich würde. Das ist an sich auch die einzige Ebene, auf der wir wirklich Einfluss nehmen können, steuernd Einfluss nehmen können, dass wir den Parasympathikus fördern, die Regeneration, die Heilung. Parasympathisch ist auch die Verdauung, also der nährende Vorgang für unseren Körper und auch zugleich die Aufnahmefähigkeit, nährend für all die Informationen, die wir aufnehmen mit unseren Sinnesorganen, die genauso zur Ernährung gehören. Kehren wir zurück zu dem Thema organische Versorgung mit Mineralien. Es sei nur an der Stelle darauf hingewiesen, dass es nicht genügt, einfach nur den Körper gut zu versorgen, sondern wir müssen auch die Voraussetzungen für den Baumeister schaffen und das ist unsere Psyche. Das sind wir selber mit unseren Gedanken, Gefühlen, unseren Glaubenssätzen, Ängsten und Nöten, die einen unmittelbaren Einfluss auf die Verdauung haben. Und sei es schon aufgrund dieser gerade beschriebenen Dualität einer sympathikotonen Aktivierung, die durch Kontrolledisziplin und Ernährungsdisziplin immer aktiviert wird und damit den nährenden, heilenden Teil unserer vegetativen Steuerung reduziert bis blockiert. Also es ist wichtig, einen lustvollen Weg zu finden, sich nichts versagen zu müssen. An sich, wenn wir jetzt dann über die Lösung sprechen, wie kann ich denn nun, wenn ich die Komplexität nicht beherrschen kann und keine einzelnen Substanzen, wie eben Vitamine, Hormone, Enzyme und dergleichen, die Lösung für mein Problem bieten, wie kann ich denn dann die Voraussetzungen schaffen, meinen Körper so optimal zu versorgen, dass er zumindestens dann in der Lage ist, sich selbst zu regulieren. Also so gesehen die Baustoffe an eine Baustelle anzuliefern, die dann intelligent Verwendung finden. Die Baustelle ist in diesem Falle unser Körper. Und dass es in gewisser Weise eine Art Baustelle ist, würde auch niemand ernsthaft bezweifeln, denn wir wissen aus der schulmedizinischen Forschung, dass je nach Stoffwechselgeschwindigkeit, Stoffwechselumsatz, jedes Gewebe sich fortwährend neben seiner Funktion, bestimmten Funktionen, auch regeneriert und erneuert, am langsamsten die Knochen. Hier geht man davon aus, dass das Skelett im Verlauf von etwa sieben Jahren komplett erneuert ist. Woraus wir übrigens auch sehr einfach und pragmatisch ableiten können, dass es nichts Unheilbares geben kann. Denn wenn die Stoffwechselleistungen, die besonderen speziellen Leistungen innerer Organe aller Gewebe des Körpers das eine sind und deren gleichzeitige Regeneration, Neuaufbau, Abbau und Neuaufbau von Gewebe abläuft, dann ist es nur ein kleiner Schritt zu dieser Erkenntnis, alles kann sich regenerieren, sofern noch vorhanden. Und wenn sich alles regenerieren kann, kann es auch keine unheilbaren Erkrankungen geben. Eigenes Thema, aber hier auf jeden Fall will ich es erwähnt haben. Nahrungsergänzungen, wie übrigens auch jede Art von Medikament, lassen sich schon an sich mit einer einzigen Feststellung auf den kritischen Prüfstand stellen. Und das ist ein Leitsatz, der in der Wissenschaft jahrhundertelang galt, nur leider weitestgehend in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht auch einfach aus kommerziellen Interessen. Und das ist die schlichte Aussage, dass eine Ausnahme jede behauptete Regel widerlegt. Ich habe oft im Verband, Verbund der Vereine, die die Symplonik verbreiten und sie an Laien herantragen zur Eigenanwendung, Gespräche mit Spezialisten, mit Wissenschaftlern, mit Professoren von Universitäten aus verschiedensten Fakultäten, auch darüber gesprochen, über diese Grundlagen wissenschaftlichen Herangehensweisen. Und die wirklich ernstzunehmenden Wissenschaftler, die regen sich sehr darüber auf, dass im universitären Betrieb, in der Forschung, genau diese eherne Grundregel, eine Ausnahme widerlegt jede Regel, einfach lapidar übergangen wird. Seit längerer Zeit, seit Jahrzehnten letztendlich. Es darf Ausnahmen geben, es darf etwas nicht funktionieren, aber wenn ich die Regel korrekt formuliert habe, dann kann ich anhand der Regel nachvollziehen, warum etwas nicht funktioniert hat. Und wenn wir diesen klaren wissenschaftlichen Standard anlegen, dann müssen sämtliche Nahrungsergänzungen über die Klinge springen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme und das ist Teil der Lösung. Und das sind das, was man im Volksmund, in der alltäglichen Sprache, als Mineralien bezeichnet. Ganz konkret reden wir hier von Halbmetallen und Metallen. Sie sind der einzige Engpass in der Ernährung. Biochemisch, chemisch leicht überprüfbar, leicht nachvollziehbar. Denn das, was wir üblicherweise in Mengen zur Verfügung haben, sind die sogenannten Kohlenwasserstoffverbindungen, aus denen unsere körperliche Substanz auch zu guten Teilen besteht. Also das ist Kohlenstoff und das ist Sauerstoff und es ist Wasserstoff. Und diese Kohlenwasserstoffverbindungen haben wir selbst in einer hochgradig verarbeiteten Industriekost in Mengen zur Verfügung. Wir haben sogar in der Atemluft in Mengen Kohlenwasserstoffe. Wir haben in der Atemluft auch Stickstoff als Voraussetzung für die Eiweißbildung, für die Eiweißsynthese. Und es ist nachgewiesen, dass sowohl in der Lunge als auch im Dickdarm Bakterien vorhanden sind, die diesen Stickstoff verwenden können und ihn in im Körper verwendbare Stickstoffverbindungen umwandeln können. Von hier könnten wir jetzt abzweigen und eine biochemisch-wissenschaftliche Begründung dafür liefern, warum Lichtnahrung möglich ist. Das ist nichts Magisches, nichts Mystisches. Das ist nichts, was mit Erleuchtungsphänomenen zu tun hat, sondern es findet eine ganz einfache biochemische Erklärung. Also, wir haben, um auf diesen Engpass der Mineralien zurückzukommen, die Notwendigkeit, unser Körperwasser mit einer entsprechenden Leitfähigkeit auszustatten. Unser Körper ist ein sehr komplexes Geschehen, hochspezialisiertes Gewebe. Die Kommunikation zwischen den Zellen, zwischen Geweben, zwischen inneren Organen, alles das muss reibungslos funktionieren. Kommunikation hat etwas mit Leitfähigkeit zu tun. Leitfähigkeit für die Übertragung von Impulsen. Nun besteht unser Körper zu 60 bis 90 Prozent aus Wasser. Je nach Gewebe, den höchsten Flüssigkeitsgehalt, hat nach heutigem Kenntnisstand das Gehirn mit an die 90 Prozent. Ein lebendiges Gehirn ist praktisch flüssig und könnte, gruselige Vorstellung, mit dem Strohhalm geschlürft werden. Manche Horrorfilme nehmen ja darauf Bezug. Also, das Wasser ist sozusagen unser wesentlichster Baustoff. Damit automatisch auch unser, mit unser wichtigstes Lebensmittel. Wasser an sich ist aber nicht leitfähig. Und die Tatsache, dass wir einen sogenannten Dipol, also Plus-Minus-Pol, in einem Wassermolekül finden, macht es nicht leitfähig. Nur bei sehr hohen Spannungen, sehr hohen Stromflüssen, die daraus impulsartig resultieren können. Ansonsten braucht es, um im Bereich unserer Funktionsbandbreite des Körpers Leitfähigkeit zu gewährleisten, eine bestimmte Menge an Halbmetallen und Metallen. Dann ist Kommunikation im Gewebe, im Bindegewebe, in den Körperflüssigkeiten und letztendlich auch in den Nerven möglich. Und hier unterscheiden wir einmal zwischen den Mengenmineralien, also den Mengenelementen. Das sind zum Beispiel Calcium, Magnesium oder auch Natrium und Kalium. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch aus dem Biologieunterricht an die Natrium-Kalium-Pumpe der Zellwand. Nun gibt es ein sehr, sehr interessantes Phänomen, was neben der organischen Notwendigkeit der Mineralien für die Herstellung eben dieser Funktionssubstanzen wie Vitamine, Enzyme, Hormone von entscheidender Bedeutung ist. Und das ist eine Art kosmischer Antennenfunktion. Ich komme gleich darauf zu sprechen und will nur darauf hinweisen, weil wir hier die Verbindung haben zwischen den kommunikationsvermittelnden und chemische Reaktionen vermittelnden Substanz, auch Katalysatoren zum Beispiel, die eine chemische Reaktion ermöglichen und aus ihr wieder unverändert hervorgehen. Das ist ja gerade das große Thema der sogenannten Funktionseiweise, zu denen noch einmal Vitamine, Enzyme, Hormone gehören. Also in einfachstmöglicher Form gesagt, Kohlenwasserstoffverbindungen, Moleküle, also Verbände von chemischen Elementen, die in ihrem Funktionszentrum ein Metall haben. Hormone beispielsweise, über 300 Hormone, haben nachweislich in der Funktionseinheit das Metall Zink. Was sehr spannend ist, wenn wir gleich über kosmische Antennen sprechen, denn hier wird plötzlich eine Verbindung auch zu psychischen Vorgängen, offensichtlich die uns gestatten, Körper und Psyche wirklich als ein vernetztes Geschehen, auch sogar bis hinein in die Ebene der Biochemie zu erkennen. Versorgen wir also unseren Körper dadurch, dass wir für eine bestimmte Konzentration im Verdauungsbrei sorgen mit den entsprechenden chemischen Elementen, vor allen Dingen eben diesen Halbmetallen und Metallen, dann wird unser Organismus über den Verdauungsvorgang sich situationsentsprechend das aus dem Verdauungsbrei herauslösen, wie eine Pflanze mit den Wurzeln aus der umgebenden Erde, das, was gerade gebraucht wird. Das, was gerade gebraucht wird, darf nicht in zu hoher Konzentration vorliegen. Hier gibt es sehr plastische Analogien, sehr gut nachvollziehbare zum Gärtnern. Es gibt in der Gärtnerei, generell auch in der Landwirtschaft, das Phänomen des Verbrennens einer Pflanze. Wenn man also mit einem seit Justus von Liebigs Zeiten gern verwendeten wasserlöslichen Mineralstoffdünger eine Pflanze übermäßig versorgt, also relativ zu wenig Wasser zur Verfügung steht, die Konzentration zu hoch ist, dann dringen diese wasserlöslichen Mineralstoffe einem Konzentrationsgefälle folgend in die Pflanze ein und führen zu erheblichen Stoffwechselschäden bis zu dem, was man als Verbrennen, letztendlich vertrocknende Pflanze bezeichnet. Das ist auch wichtig für unsere Versorgung. Wenn wir Substanzen zu uns nehmen und wir bleiben jetzt auf dieser Spur der Schlüsselsubstanzen, das heißt diese Halbmetalle und Metalle, und sie in wasserlöslicher Form zu uns nehmen, sind sie sofort verfügbar. Sie würden sofort im Konzentrationsgefälle folgend durch die Darmwand diffundieren, hindurchtreten und in die Blutbahn, in die Körperflüssigkeiten aufgenommen werden mit erheblichen Störungen für den Gesamtstoffwechsel, ähnlich wie bei einer Pflanze. Deshalb ist es wichtig, dass man hier eine wohldosierte Mischung findet, also zum Teil sofort verfügbar, weil wir ja auch fortwährend diese Substanzen brauchen. Sie werden ja auch im Gebrauch, im Verlauf des Stoffwechsels, anschließend über die Nieren, über den Schweiß ausgeschieden. Über den Schweiß übrigens damit auch Sonnenschutzfaktor bildend. Sonnenbrand bekommt nur der entmineralisierte. Die Sonnenintensität ist heute wie vor 100 Jahren nicht verändert, aber die Bevölkerung ist zunehmend entmineralisiert, also hat nicht mehr das zur Verfügung, was in der Nahrungskette mal vorhanden war. Und unsere überspannte Lebensweise gestattet uns auch nicht, eine ausreichende Versorgung so ohne weiteres sicherzustellen, denn je höher der Stoffwechsel auf Touren ist, umso mehr werden in Anführungszeichen diese mineralischen Verbindungen mit Halbmetallmetallen gebraucht und verbraucht im Sinne von, dass sie in unserem Körper keine Verwendung mehr in dieser Verbindung finden können. Und somit findet natürlich auch eine verringerte Ausscheidung dieser sonnenlichtreflektierenden Metalle mit dem Schweiß auf der Hautoberfläche statt und somit kriegt man leichter Sonnenbrand. Umkehrschluss, ist man mineralisch gut versorgt, gibt es keinen Sonnenbrand mehr. Das ist etwas, was ich vieltausendfach im Laufe dieser Jahrzehnte dazu zu hören bekam. War für mich auch ein unbekanntes Phänomen. Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht. Die Berichte der Anwender haben letztendlich diesen ganz einfachen Sachverhalt zutage gefördert. Wenn ich also zuführe, ist es wichtig, darauf zu achten, nicht zu viel wasserlöslich. Und ansonsten verwendet man sinnvollerweise feinstvermalene, organisch streichen wir, feinstvermalene Gesteinsmehle. Dieser Unterschied organisch-anorganisch ist ein reines Marketingbegriff, reiner Marketinggegensatz. Jedes Mineral, jedes chemische Element ist letztendlich von seiner Grundbeschaffenheit her anorganisch. Und es kann in Verbindungen eingebettet werden, die dann dem lebendigen Organismus zugänglich sind. Und so wie unser Magen beispielsweise Säuren ausscheidet, so wie Verdauungssekrete ausgeschieden werden, werden diese wasserunlöslichen metallischen Verbindungen in eine wasserlösliche, der Chemiker sagt ionisierte Form, plus oder minus geladen, überführt. Und das kann dann im wässrigen Milieu des Körpers aufgenommen werden. Und so steuert der Körper, steuern wir mit unserer Psyche in der Beziehung, in der Wechselwirkung zwischen Ausscheidung von Verdauungssäften im Magen-Darm-Trakt, inwieweit wir aufnahmefähige Substanzen herstellen. So einfach ist es, so macht es die Pflanze. Ich kann also über die Konzentration im Verdauungsbrei die besten Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Selbstregulation und die Versorgung situationsentsprechend wunderbar gelingt. Kommen wir nochmal zurück zu diesem kosmischen Aspekt. Abschließend für heute. Hochspannend. Es war ein Zufallsfund im Antiquariat, ein Chemiebuch vom Anfang des 20. Jahrhunderts, also irgendwann in den ersten zehn Jahren 1900, 1910, geschrieben, indem ich zu meinem Erstaunen das Ergebnis wissenschaftlicher Forschungen fand zur Wechselwirkung zwischen bestimmten chemischen Elementen, Metallen und der Stellung von Planeten, einem der fünf Planeten, letztendlich die in der Astronomie bekannten ursprünglichen fünf Planeten plus Sonne und Mond und bestimmten, ich erwähnte es gerade schon, chemischen Elementen. Ich will es beispielhaft nur an zwei skizzieren. Zum einen Zink, was ich vorhin schon als das chemische Element für die Funktionszentren von Hormonen erwähnt habe. Zink wie auch Quecksilber steht offensichtlich in einer Beziehung zwischen dem Planeten Merkur und der körperlichen Funktion des Zink in zum Beispiel Hormonen. Jetzt ist interessanterweise der Merkur in den Göttermythen, der, wie heißt es noch, Merkur ist der Götterbote. Und der Bote steht ja für Kommunikation. Interessant ist nun, dass Zink ausgerechnet in den Botenstoffen, sprich Hormonen des Körpers, zu finden ist. Zink verändert nachweislich, haben diese Forschungen damals bereits ergeben, sein Atomgewicht, sein chemisches Bindungsverhalten, sein Kristallbindungsverhalten in Abhängigkeit der Position des Planeten Merkur zur Erde. Und das hat zunächst einmal nichts speziell mit der Biochemie des menschlichen Körpers zu tun, sondern das ist eine Forschung, die letztendlich im anorganischen Bereich stattfand. Das Gleiche gilt, also auch außerhalb des Körpers. Und in vergleichbarer Weise hat man das gefunden in einer Beziehung zwischen dem Metall Eisen und dem Mars. Interessanterweise ist Mars, der auch mit bloßem Auge, manchmal schon sichtbar rötliche Planet, mit dem rötlichen Eisen, was am häufigsten im Blut zu finden ist. Und das Blut ist ebenfalls rot. Und auch hier haben wir wieder den Einfluss auf das Atomgewicht, auf das chemische Bindungsverhalten, Valenzverhalten und, nennt man es auch, und dem Kristallbildungsverhalten. Also hochinteressant. Hier gibt es also eine Beziehung zwischen kosmischen Phänomenen, der Bahn, dem Bahnverlauf dieser Planeten bezogen auf die Erde und mit wohl auch hinein, so wie es scheint, einer Wechselwirkung zu den biochemischen Abläufen im menschlichen Körper. Wir haben hier also einen Hinweis darauf, dass wir vernetzt sind in einer Weise, wie wir das wissen könnten, aber tragischerweise nicht berücksichtigen. Einen Schritt weiter würden wir dann jetzt über Biorhythmus sprechen und wie gefährlich es ist, wenn ich mich in einer elektrifizierten Gesellschaft, in der ich die Nacht zum Tage machen kann, mich diesen natürlichen Rhythmen entziehe und auf die Art und Weise meinen Körper massiv schädige. Also wichtig, von enormer Wichtigkeit für die tägliche Nahrung sind diese Schlüsselelemente. Alles andere kann ich im Grunde genommen relativ vernachlässigen. Natürlich spielt es eine Rolle, ob ich Industriekost verzehre oder wirklich etwas von einem Biohof bekomme. Aber das wird ein Randgeschehen sein, eine vergleichsweise geringe Auswirkung haben gegenüber dieser zentralen Bedeutung dieser Schlüsselsubstanzen, Halbmetalle und Metalle. Und bitte immer berücksichtigen, wir sind eingebettet in ein größeres Geschehen. Das ist eine sehr viel größere Baustelle, die wir hier zu berücksichtigen haben. Wer diese Faktoren berücksichtigt, wird erstaunt sein über das, was sich hinsichtlich Energie, Leistungsfähigkeit, Regeneration und auch Gesundung auf diese ganz einfache Art und Weise einstellen wird. Bis zum nächsten Mal.